Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder mal ein bisschen Daten von mir an die Hand, wie man denn die Märkte aktuell einschätzen kann. Die Woche gab es unglaublich viele wichtige News und Nachrichten. Ich bin leider nicht eher zu einem Video gekommen, deswegen gibt es heute mal so eine kleine Zusammenfassung. Ich denke, das wird richtig spannend, denn es gab eine Fett-Sitzung, es gab eine ECB-Sitzung. Außerdem gibt es gerade wieder von Richtung der Kryptos einiges an Stress, dass dieses frische oder neue System eben aushalten sollte oder muss. Dazu werde ich auch kommen. Außerdem mal eine kurze Markteinschätzung, wie ich glaube, dass es gerade am Aktienmarkt eben noch ein bisschen weitergeht. Ich habe ja in den letzten Videos aufgezeigt, was ich denke, was ich glaube und schauen wir einfach mal, was davon eingetreten ist und wie es weitergeht. Und ich möchte jetzt wieder allen viel Spaß mit dem Video wünschen und ein bisschen erhellende Einblicke. Zunächst aber wie immer der Risikoinweis. Alles, was ich hier über der Aufzeige und Konto ist, ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung oder Empfehlung und ich übernehme natürlich auch keine Aufdruck und kein Risiko. Die Woche war wirklich voll gespickt mit News und wichtigen Events. Ich möchte einfach mal ein paar aufzeigen. Montag war jetzt ein verhältnismäßig Ereignisabend, zumindest wenn man hier in Deutschland lebt. Da war Großbritannien veröffentlichen, sage ich jetzt mal dazu, durchweg gute und positive Daten. Also entweder die Erwartungen übertroffen oder auch deutlich besser als in der Vorberichtssaison. Also insgesamt sehr gute Daten aus Großbritannien. Auch die Manufacturing geht wieder hier nach oben. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Kommen wir aber jetzt zum Wichtigeren. Und da ging es am Dienstag eben dann los bei uns. Zum einen hatten wir einen ZDW-Index. Ja, ist veröffentlicht worden. Der ist besser ausgefallen wie erwartet, aber natürlich immer noch grottenschlecht. Wir sehen da immer noch ein Minus davor. Ist aber immerhin besser als erwartet und natürlich deutlich besser wie in der Vorberichtsperiode. Und was viel wichtiger noch war, gestern gerade für Deutschland, also am Dienstag für Deutschland, ist es die Inflation gewesen. Wir haben hier 10 Prozent, sind veröffentlicht worden. Das ist genau das, was erwartet wurde. Minimal besser als in der Vorberichtsmonat. Ja, und ganz ehrlich, ich finde die Zahlen immer noch katastrophal. Man muss sich das mal überlegen. Jetzt haben wir schon seit einem guten Jahr 10 Prozent als Standardinflation. So würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen. Was das für eine Vernichtung von Sparguthaben ist, aber eben auch Vernichtung von der eigenen Währung ist einfach brutal. Und dass die EZB da nicht schneller eingeschritten ist, muss man ihr einfach in dem Fall vorhalten. Aber ich habe auch in den letzten Videos ja immer wieder aufgezeigt, dass die EZB gar nicht anders kann. Ihr sind praktisch der Hände gebunden. Sie hat gar keine Möglichkeiten mehr und genau das ist das Problem. Deswegen bleibe ich auch dabei und bin so fest davon überzeugt wie von nur sehr, sehr wenig, dass dieses System nicht in dieser Form überleben kann und überleben wird. Und wer das jetzt immer noch nicht verstanden hat, den kann man einfach nicht mehr helfen. Was wurde in Amerika dafür veröffentlicht? Hier haben wir hingegen sehr gute Zahlen zur Inflation veröffentlicht. CPI liegt hier bei 7,1 Prozent plus mehr. Also nur 7,1 Prozent haben die in Amerika jetzt oder in den USA nur noch Inflation erwartet wurden. 7,3. Und vor Berichtsmonat waren es noch 7,7. Also hier sieht man ein deutliches Absinken. Das, was gerade die FED da drüben macht, das zeigt richtig Wirkung. Das funktioniert scheinbar ganz gut. Und da gibt es einfach nur positive Signale. Diese Daten haben aber einen faden Beigeschmack. Eigentlich sogar zwei. Warum? Zum einen ist bekannt geworden, dass diese Zahlen schon scheinbar vorher unter vorgehaltener Hand veröffentlicht wurden. Und die FED streitet das zwar ab. Also gab da ein Statement danach. Aber vieles deutet darauf hin, dass diese Zahlen bereits Insider im Voraus gekannt haben. Die haben massiv drauf gesetzt. Es gab eine förmliche Kursexplosion an der Börse. Also wer am Dienstag an der Börse unterwegs war und long war, der hat sehr, sehr viel Geld in sehr kurzer Zeit verdient. Und das können ja keine Kleinspekulanten oder Kleinanleger den Kurs so nach oben gepusht haben. Es müssen große Institutionelle gewesen sein. Und man geht eben davon aus, dass die FED oder Mitglieder der FED oder irgendwelche Gremienmitglieder oder Zuarbeiter, Mitarbeiter eben die Daten bereits vorab an größere Institutionen weitergegeben haben. Und daraufhin gingen die Börsenkurse durch die Decke. Das ist Manipulation. Das ist meiner Meinung nach Betrug. Und ich bin gespannt, ob das jemals richtig aufgeklärt wird. Vermutlich wird es unter den Tisch gekehrt. Wie gesagt, die FED hat ja schon alles abgestritten, dass das nicht sein kann. Aber Fakt ist, es ist so. Zumindest scheinen die Daten das so zu signalisieren und zu zeigen. Was ist jetzt die Konsequenz aber daraus? Wichtig ist, da wurde Liquidität abgegriffen. Und zwar massiv Liquidität. Und genau das brauchen Institutionen und Institutionellen, um günstig irgendwo reinzukommen. Da die den Kurs in dem Fall nach oben manipuliert haben, kann man davon ausgehen, dass es eben zu einem Abverkauf kommt. Und genauso ist es ja auch passiert. Es ging danach massiv auch wieder nach unten. Heute sehen wir einen weiteren Abverkauf beim Standardmarkt. Gerade im DAX sehen wir einen massiven Abverkauf. Genauso wie ich es auch vermutet habe und in den letzten Videos angekündigt habe. Auch im Discord habe ich das klar gemacht. Und ich bleibe auch dabei. Die Lage ist noch immer nicht bereinigt. Und ich bin eher aktuell pessimistisch. Zumindest was Trading betrifft. Auf kurzfristiger Sicht für den Aktienmarkt. Mittelfristig ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber im kurzfristigen Feld bin ich negativ. Es kommt jetzt noch eine zweite Sache hinzu. Durch die besser ausgefallenen Inflationsdaten oder Raten sind natürlich die Marktteilnehmer jetzt total euphorisch. Denken, dass die FED jetzt vielleicht demnächst keine Zinserhöhung mehr machen wird. Oder vielleicht sogar die Zinsen demnächst sogar senken könnte. Und deswegen ging es ihnen hier auch stahl nach oben. Und am Mittwoch gab es dann die bittere Enttäuschung. Denn da war nämlich FED-Meeting. Und Paul hat natürlich die Zinsen angehoben auf die erwarteten 4,5%. Also nochmal deutlich nach oben geschoben um 0,5 Prozentpunkte. Und da wurde nochmal klar gemacht. Nee, mir gefällt das nicht, hat Paul gesagt. Wenn die Leute euphorisch sind und der Aktienmarkt zu krass wieder nach oben geht, dann bleibe ich pessimistisch. Ich werde die Zinsen weiter erhöhen, hat er gesagt. Und das war noch nicht die letzte Zinserhöhung. Und Zinssenkung ist eher gar nicht zu erwarten. Und er sieht das Ganze einfach realistisch und meiner Meinung nach auch sehr begründet, warum er so vorgeht und warum er das so kundtut. Und wenn die Aktienkurse steigen, dann natürlich die Leute euphorisch geben auch mehr Geld aus, weil sie sich natürlich reicher und wohlhabender fühlen. Und das kann natürlich wieder zu neuen Inflationen führen. Und deswegen gefällt ihm das nicht. Und das hat natürlich jetzt wiederum auf die Aktienmärkte gedrückt. Und das ist einfach seine Aussage, ist ein Statement. Und ja, deswegen wird es da weitere Zinsschritte geben, kann man davon ausgehen. Und er wird da weiter auf der Bremse sein und treten. Und das ist natürlich eher negativ für die Aktienmärkte zu sehen. Das war so für die ersten drei Handelstage die wichtigsten News, die eben so rausgekommen sind. Schauen wir uns also die heutigen Daten an von Donnerstag. Denn da gab es natürlich schon wieder neue Daten und vor allem großes EZB-Meeting. Und hier ist natürlich alles wie erwartet. Die Inflations-, äh, die Leitzins, ja, der wurde nochmal natürlich angehoben, ja. Und hat jetzt praktisch den Zinssatz erreicht, der auch von den Marktheilnehmern immer erwartet wurde. Das heißt, es gab keine große Überraschung. Alles beim Alten, wenn man so will. Aber für mich hat die EZB einfach ihr Pulver verschossen, wenn man so will. Ähm, die Zinsanhebungen sind viel zu schwach, auch selbst jetzt immer noch. Ähm, da fehlt es einfach immer noch am Wollen, sag ich jetzt einfach mal, wenn man die Inflationsraten aktuell anschaut, die wir eben so haben. Und, ähm, das ist, ähm, bescheiden, was hier mit den Sparern passiert und natürlich was auch mit dem Euro passiert. Es wird zur absoluten Weichwährung und langfristig wird das nicht gut gehen. Und deswegen wird auch Freitag nochmal spannend. Da gibt es dann ein PMI für Deutschland. Bin ich gespannt, wie der ausfällt, ob der besser ausfällt als erwartet. Und natürlich dann auch die Inflationsraten für den Euroraum, ja. Also nicht nur Deutschland hat Inflationsraten veröffentlicht, sondern auch Euroland wird das morgen machen. Und das sind so für mich noch für morgigen Tag mögliche Überraschungskandidaten, sagen wir es mal so, die im Börsenhandel kurzfristig extrem beeinflussen können. Das wäre es jetzt erst einmal mit den, ähm, ich sage jetzt einmal Wirtschaftsdaten, mit den Wirtschaftsnews, die sollte man wissen, sollte man kennen. Und, ähm, tja, denke, das reicht jetzt mal für das Erste. Auch die anderen Zentralbanken vielleicht noch, ähm, so nebenbei erwähnt. Also, ähm, die englische Zentralbank, ähm, die hat ebenfalls die Zinsennummer erhöht, auch auf dem Wert, den man angenommen hat. Und die Schweizer Nationalbank hat es ebenfalls gemacht. Also, das nur vollständigkeitshalber. Ich halte es aber für eher, ähm, irrelevant, deswegen, ähm, gehen wir jetzt einfach schnell weiter. Was hingegen noch ein großes, gerade ein merkenloses, es gibt, äh, wieder von der Krypto-Szene einiges an News. Und für mich passiert genau das, was ich schon immer gesagt habe. Für mich sind Kryptos nichts wert. Sie haben keinen inneren Wert. Nichts steckt dahinter, außer wirklich der reine Spekulationsgedanke. Das ist aus dem Nichts entstanden und wird wieder ins Nichts zurückgehen. Ähm, Kryptos haben nur einen Wert, solange man ihnen einen Wert beimisst, solange überhaupt Nachfrage existiert. Und, ähm, es tauchen jetzt immer mehr Probleme auf, immer mehr Betrugsfälle werden klar. Warum? Ist ja klar. Also, das existiert ja nicht. Jeder kann ja irgendwelche Coins erfinden, so wie er will. Und wenn er sagt, er hat 1000 Coins, dann hat er 1000 Coins. Er muss ja dahinter nicht mal eine Technologie haben. Das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. Und, ähm, tja, und das öffnet einfach Tür und Tor für Betrug. Und natürlich, ähm, werden hier viele Leute abgezogen. Aber ganz ehrlich, äh, wer nichts, wer Geld ausgibt, um nichts zu kaufen, der braucht sich auch nichts zu erhoffen, meiner Meinung nach. Man muss sich einfach ein bisschen informieren. Und, ähm, ich habe vor einigen Jahren ja schon mal einen interessanten Artikel zu Bitfinex, äh, geschrieben. Und, ähm, wen das interessiert, sollt ihr einfach mal bei mir im Blog vorbeischauen. Da habe ich genau aufgezeigt, warum für mich die Börse absoluter Betrug ist. Absoluter Scam, wie es so schön immer heißt, ähm, in der Krypto-Szene. Ähm, da habe ich das mal ein bisschen erläutert und erklärt, warum nicht das. Ich denke, dass hier hinter nichts steckt, ähm, dass einfach nur irgendwelche Zahlen sind, die gar nicht existent sind. Und das kann man eigentlich ganz gut nachweisen und belegen. Ich bin gespannt, wann es Bitfinex erwischt. Aktuell gibt es aber andere News. Binance beginnt ein richtiger Bunkrun, also die nächste Krypto-Börse hat es erwischt. Die Leute haben kein Vertrauen darin verloren, ziehen jetzt massiv ihre Gelder ab und wollen jetzt wieder raus. Das ist ja das Perverse an der ganzen Geschichte. Sie wollen raus aus den Kryptos und wieder rein in den guten alten Dollar, ja. Ja, und, ähm, da sieht man eben, welchen Wert das diese, ähm, Möchtegern-Bubbles haben. Die waren ja, wie gesagt, da hat nie einen Wert existiert. Und das ist nur möglich gewesen durch diese extreme Geldflut, durch diese überbordende Geldschwemme, hat man eben solche Märkte aufblasen können, die in der Realität gar nicht existieren könnten. Und alleine gestern wurde bei Binance innerhalb der 24 Stunden, ähm, ja, wurden da 1,9 Milliarden, äh, abgezogen. Das ist Wahnsinn. Die Krypto-Börse beschwichtigt natürlich und sagt, wir sind erst gerade geprüft worden. Bei uns sind sogar, sind sogar mehr Coins vorhanden, als, ähm, Einlagen durch die, äh, Kunden da sind. Und wir haben nur ein Problem, das gerade alles umzuschichten und umzutauschen. Und natürlich, weil manche Coins ja auch gekoppelt sind, zum Beispiel an Dollar, eben die richtigen Absicherungen zu tätigen. Und manche Banken, wo man das Geld hinterlegt hat, kommt man nicht so schnell ran. Und deswegen kommt es hier eben aktuell zur Auszahlung und sagt Binance, ob das stimmt, weiß wohl keiner. Vielleicht, dass man, ähm, ja, so, ähm, ja, Bewertungen, ähm, Türken kann oder Institutionen eben bestechen kann, dass sie eben dann, ähm, andere Zeugnisse ausstellen, wie sie wirklich vorhanden sind. Ähm, dürfte ja in der Geschichte in den letzten 15 Jahren, ja, zu Genüge für viele, ähm, ja, als Anschauungsmaterial dienen. Also, ich würde darauf nicht allzu viel geben, wenn hier irgendjemand bestätigt, dass Binance angeblich genügend Coins vorhanden hat, weiß doch am Ende trotzdem keiner, ob das wirklich so ist. Das wird jetzt dann der Markt aufdecken. Warum? Ich glaube nicht, dass der Run damit stoppt, sondern ich denke, es wird weiter einen Run geben. Und, ähm, dann wird man bald sehen, ob Binance die Coins wirklich vorhanden haben oder nicht. Und was das bedeutet, äh, bedeutet, wenn die Coins dann wirklich alle verkauft werden, kann sich ja jeder selber ausmalen, ähm, die ganzen Kryptos werden extrem nochmal in die Knie gehen. Und, ähm, tja, da bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht. Dann wird es natürlich spannend, wenn jetzt Binance auffallen sollte, ja, gibt es eigentlich nur noch ein Schwergewicht. Und, äh, was ist da mit denen, ja? Die haben bisher davon sehr profitiert. Und, ja, was passiert dann? Also, Coinbase, ja, was ist dann da los? Ähm, gibt es da auch einen Run? Bin sehr gespannt. Nochmal ganz kurz aufgezeigt, der FTX-Betrug war ja schon, ähm, der ist ja mittlerweile offiziell als Betrug, ähm, deklariert. Da sind Unsummen an Geld verschleppt worden. Neulich gab es übrigens auch eine tolle Doku, ich weiß nicht mehr, im ARD oder ZDF. Eigentlich gucke ich die Sender gar nicht. Ähm, aber durch Zufall auf YouTube entdeckt. Und da wurde auch, ja, toll aufgezeigt, wie man, ähm, ja, Milliarden, im wahrsten Sinne des Wortes, eben mit nichts machen kann und erzeugen kann. Und dass das Ganze einfach ein Ponzi-Scheme ist, also ein Schneeballsystem und ja nichts dahinter steckt. Das mag nicht für alle Coins zutreffen, aber vermutlich für viel mehr, als noch viele der Krypto-Jünger jetzt denken. Und das wird sehr, sehr spannend. Unten habe ich übrigens noch einen Link angegeben. Werden das genau interessiert, was da genau losgeht bei Binance, kann da einfach mal nachlesen. Kommen wir jetzt aber, ja, zum weiteren Märkten und zwar diesmal zum Euro. Ich glaube, dass der Euro ein bisschen Abwärtsdruck bekommen könnte. Wir sind gerade an einer ganz wichtigen Marke angekommen. Die Luft ist also ein bisschen raus. Die FED hat wieder ganz klar gesagt, was sie macht. Meiner Meinung nach viel deutlicher gezeigt wie die ECB. Und deswegen könnte hier, ähm, ja, weiter ein bisschen, ähm, nochmal der Euro schwächeln, ehe er dann eben weiter anzieht. Warum wird er weiter anziehen? Ganz einfach, weil die Eurozone einfach mehr Handlungsbedarf hat wie die FED. Die FED kann jetzt wirklich ein bisschen langsamer machen. Das heißt, ähm, die Zinsdifferenz kann irgendwann mal geschlossen werden wieder, ähm, wenn es denn wirklich so kommt. Denn in Euroland stehen ja ganz andere Probleme noch an. Und die ECB kann eigentlich die Zinsen, wie gesagt, gar nicht mehr erhöhen, erhören. Ja, und, ähm, deswegen mal gucken, wie das ausgeht. Aber kurzfristig würde ich jetzt mal sagen, ähm, schaut es mir hier nach einem interessanten Short aus. Kann man mal probieren. Denke, da ist ein bisschen Abwärtspotenzial vorhanden. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Das wäre so meine Trading-Idee. Schauen wir uns aber mal einen DAX an. Ähm, DAX ist eigentlich mustergültig. Also für alle, die bei mir, ähm, im Seminar waren, im Kurs waren, in Ingolstadt, äh, vor einigen Wochen. Die wissen, was hier passiert ist und wie man das wunderbar handeln konnte. Und, ähm, der Abverkauf hat sich eben angekündigt. Ich habe das in den letzten Videos gezeigt, dass ich den Aktienmarkt, ähm, für reif halte. Dass hier wieder eine größere Abwärtsbewegung stattfindet. Und genauso kam es jetzt auch. Außerdem, was man hier noch sehen kann. Ich habe hier so einen interessanten grünen Indikator eingezeichnet. Der hat die letzten Hoch schon lange nicht mehr bestätigt. Das ist extrem gefallen. Obwohl wir hier sogar eben die Spitze eben von dem Tag, wo ich eben erzählt habe, wo die, äh, von den News rauskamen, von den Inflationszahlen, ähm, die ja im Voraus geleakt worden sein sollen. Ähm, ja, obwohl wir hier so eine krasse Spitze sahen und eine krasse Aufwärtsbewegung, ähm, ähm, ja, fiel dieser Vorlaufindikator immer weiter ab. Und das war auch ein weiteres Signal dafür, dass es hier deutlich noch nach unten gehen dürfte. Ähm, das letzte Mal, wo wir sowas hatten, war zum Beispiel hier. Und im Anschluss kann man sich hier anschauen, was dann passiert ist, ging es, äh, deutlich eben noch nach unten. Dieser Vorlaufindikator funktioniert ganz gut. Wenn ich eben sowas entdecke, dass hier irgendwie neue Hochs nicht mehr bestätigt werden, dann ist das meistens ein großes Warnsignal. Das sollte man ernst nehmen und kann eben dann im Anschluss zu einer größeren Bewegung kommen. Und so ist es eben auch diesmal wieder passiert. Diesmal im Prinzip durch drei, ja, Hügel oder durch drei Hochs hier nochmal bestätigt. Dann konnte man hier natürlich im Chart noch viel mehr erkennen, warum das das hoch sein könnte, das vorläufige. Auch das habe ich in Ingolstadt erklärt und wird der ein oder andere, der dabei war, bestimmt wissen, was ich meine und warum man das eigentlich ganz gut vorhersehen konnte. Der Abverkauf kam jedenfalls nicht unerwartet, sondern mit voller Ansage. Ich kann es nicht anders sagen. Und wer in den letzten Videos gehört hat, dürfte jetzt mittlerweile deutlich im Plus sein. Jetzt heißt es einfach nur noch Stops nachziehen oder sogar neue Positionen aufbauen, denn ich gehe davon aus, das Ganze ist noch nicht ausgestanden. Es wird noch ein deutliches Stück nach unten gehen. Und dann schauen wir einfach mal wieder, wo sich der Markt fängt und sammelt, wenn das Sentiment eben bereinigt ist. Und dann suchen wir natürlich wieder neue Long-Entstiege, denn eigentlich Ende des Jahres Richtung neues Jahr schaut es ja eigentlich relativ positiv dann wieder für den Aktienmarkt aus. Was übrigens beim Euro noch dazukommt, das möchte ich auch nochmal aufzeigen. Bald wird ja das erste Statistik-Video erscheinen. Für alle, die eben einen Broker, ja, durch einen Link bei mir eben ein Konto dort eröffnet haben. Und nochmal in der Beschreibung gibt es einen interessanten Broker. Wer Traden anfangen möchte, kann sich das ja mal angucken. Und auf jeden Fall, ja, typisch ist eben am Ende des Jahres, dass der Euro nochmal in Stärke gewinnt. Das haben wir jetzt so gesehen. Und dann spätestens ab Anfang kommendes Jahres der Dollar wieder der Oberhand übernimmt und der Euro eben dann in die Knie geht. Das hat mit Währungsabsicherungsgeschäften und Positionen, die da aufgelöst werden, zu tun, einfach vom Jahresabschluss. Das ist auf jeden Fall ein spannendes saisonales Muster und das sollte man vielleicht im Hinterkopf haben. Auch das spricht eben eher für einen Euro-Abverkauf. Dann habe ich nochmal einen Platin-Trade mitgebracht. Das ist die Grafik vom letzten Mal, ja, von letzter Woche, wie ich ein Video online gestellt habe. Und ich möchte es einfach nochmal zur Erinnerung aufzeigen und zeigen, wie jetzt Platin sich entwickelt hat. Warum möchte ich das aufzeigen? Ganz einfach, Platin befindet sich gerade in einer sehr, sehr spannenden Phase. Denn wir haben hier eben, ja, man kann sagen, Dreieck ausgebildet, wie man auch immer möchte. Der Kurs keilt sich immer mehr ein, er spitzt sich zu und hier wird bald ein Ausbruch stattfinden. Nochmal, wer hier den saisonalen Trade wagen möchte, der kann so ab dem 22. 23. mal gucken, ob er hier noch in den Trade reinkommt. Natürlich longgerichtet wäre der Trade zu machen und dann mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Das ist der saisonale Trade, den man jedes Jahr machen kann. Denn, wie gesagt, von 30 Jahren, also wenn man die letzten 30 Jahre anschaut, gab es, glaube ich, nur einen einzigen Failtrade, wenn ich mich nicht irre. Oder nur einmal, wo das System oder das Muster nicht funktioniert hätte. Bleibt also spannend, ob es heuer funktioniert. Interessant ist natürlich jetzt auch hier der Vorläufer. Da kann man jetzt nicht wirklich was ableiten. Der läuft genauso. In Dreieck rein gibt es auch hier kein klarer Signal, ob long oder short. Und ich werde mir das anschauen. Ich werde dann ab nächster Woche einen Long-Einstieg suchen. Wenn ich einen finde, werde ich reingehen und dann lassen wir einfach mal das ganze Ding über das Jahr laufen und gucken mal, was dabei rauskommt. Das war es an der Stelle mit dem Video. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Ich wünsche noch eine besinnliche Zeit. Vielleicht nochmal ein paar schöne Stunden im Schnee, denn bei uns gibt es schon Schnee. Ein paar schöne Stunden vielleicht nochmal auf die Weihnachtsmärkte. Und dann steht auch schon Weihnachten vor der Tür. Und in diesem Sinne bleibt es alle gesund. Wir hören uns bald wieder und bis zum nächsten Video.